Hey ho, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Micro Battle. Falls ihr die letzte Folge Minecraft nicht gesehen habt, dann kann ich sie euch gerne hier oben nochmal verlinken. Da haben wir auch schon Micro Battle gespielt und genau, wir sind im gleichen Haus. Aber wir wechseln jetzt mal ein bisschen durch, was die Suche angeht und finden vielleicht eins, zwei neue Verstecke, wer weiß. Jedenfalls, genau, würde ich sagen, lass uns anfangen. Okay, jetzt sind wir jetzt hier als Ant-Mans und dort ist der Julian. Hi Julian, okay Julian muss jetzt bis 15 zählen und dann losgehen oder so, okay. Ey Julian, ich weiß auch damals bei Camo Battle, wo du auch gezählt hast und dann hast du irgendwie zwischen dich, weißt du noch? Darf ich, da ich, vergesst du, wie man zählt. Okay, okay. Ey, wo seid ihr denn? Wo seid ihr unterwegs? Beim Flat Screen, sind wir. Beim Flat Screen. Beim Flat Screen, joh mei. Ja, da kam der ja rein, gell, in diesen Pfosten hier. Ja, genau. Das ist richtig geil, du kommst immer hoch. Das ist crazy. Kann man hier irgendwie bei der Heizung hoch, beim Bücherregal, das sieht aus, als ob dein Geheimgang sein sollte, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kannst du, oh, warte, 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 komm, ja. Komm, ja, lass mal schauen, ob du zieht. Oh, okay, okay, okay. Oh mein Gott. Das ist richtig schwer, ja, Suche. Das ist super schwer, weil die Leute so winzig sind. Ich glaube, wir müssen höher, Flo. Ich glaube, wir müssen höher. Warte, ja, schau mal hier, 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 hier. Oh mein Gott. Das ist super. Ich glaube, so sind wir perfekt versteckt. Warte, ich. Ah, hier, Dings, Billiabelle, hier, lila, grün, rot. Ja, ich glaube, wir sind auch gut versteckt beim Aquarium. Da rennt er, da rennt er, da rennt er, da rennt er. Hört mich nicht. Oh, oh, bin ich gut versteckt hier, oder? Ich gehe zum Aquarium. Ich sage einmal, Aquarium ist das versteckt, was ich immer gewollt habe in meinem Leben. Ich gehe mal, gehe mal. Oh nein. Geh mal hier. Julian, geh weg. Hat Julian den OP-Effekt, den wir brauchen, damit wir Damage machen als Böser. Oh, warte mal, kann ich hier mal machen. Effekt, Julian ist interessant. Ich brauche Damage. So, okay, jetzt kommt das Jump'n'Run meines Lebens. Was seid ihr? Auf der großen Wendeltreppe, in der Mitte. Ich versuche jetzt diesmal meinen Jump'n'Run-Jürg. Ja, ja. Es ist richtig schwer. Ja, ich glaube, man muss immer an die äußeren Stufen laufen. Oh, Tops tut. Oh, boah, ja. Flo, oh nein, ich bin gefallen. Aber ich bin nicht ganz gefallen. Ich habe nicht viel Fortschritt verloren. Du musst ganz innen, Ronja, ganz innen. Du brauchst den OP-Effekt. Nein, kriegst du aber nicht, Tops. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ähm, warte mal. Ich bin nicht. Nein, hast du nicht, Tops? Oh nein. Okay, Tops, du hast. Okay, okay, okay. Sprich und rennen, 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 und rennen. Ich raffe. Ah, ich habe gesappt. Ich bin schnell wieder weg. Oh mein Gott, ich habe gerade mein Manöver des Todes gemacht. Wo bist du? Ronja! Hier, das Team abcheckt, Tops. Okay. Ronja! Siehst du was? Ja, ich sehe das. Ich komme. Ich bin durchs Nuss. Okay, Ronja, komm, komm. Ich komme zum Geheimort. Vor meinem Geheimgang sind noch Leute. Oh nein, das ist nicht gut. Code Rot, Code Rot. Geheimgang? Geheimgang? Das Problem ist, sie campen auf beiden Seiten. Okay, das ist nicht gut. Code Dunkelrot. Oh, ich habe Code Gelb. Oh, eine Seite ist frei. Code Gelb. Komme zum vereinbarten Treffpunkt. In 5, 4, 3... Komm zur Dropzone. Siehst du mich? Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ich sehe den Feind. Ich bin gesichtet worden. Nein! Oh nein! Ich bin jetzt ein Sucher. Ich habe ein Schwert. Du wirst für die Faktos. Es ist ja unmöglich. Hä? Wo bist du? Warte, das Auto ist in die andere Richtung. Ah! Nimm mal Wanderer. Nein! Ist er noch da? Oh mein Gott. Ah, ihr kommt hier nicht durch. Ist er zu dick? Oh mein Gott. Ich block ihn vorne. Lauf, 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 lauf. Du da, flab, lauf, lauf. Ich werde mich finden. Okay. Ich sehe hier noch niemanden. Okay, ich bin woanders. Er ist nicht mehr drinnen. Nein, er ist nicht drunter. Er ist nicht mehr beim Auto. Kann mich bestätigen. Ich glaube, er ist in kleinen Ganglern gerannt. Oh mein Gott, nein! Komm! Oh mein Gott! Das ist draußen, äh, im anderen Garten. Bei dir runter, bei dir runter. Wo, 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 ich habe ihn nicht gesehen. Alter! Nein, bei dem Übergang drüber. Nein! Er ist nicht bei mir vorbeigerannt. Jedenfalls nicht sichtbar. Oh Gott, ich bin zu schlecht im Suchen. Ich bin zwei auf die Kuhlberliste. Nice! Okay, okay, ganz ruhig. Okay, ich suche, ich suche. Ich bin nicht da. Okay, ich kann den Gang von oben abchecken, so. Ich werde jetzt, glaube ich... Oh. Okay, da war keiner ganz in der Nähe von mir. Okay, ey, ich streue mich hier richtig aus. Das ist richtig unfair. Warte mal. Wie ist das denn? Ich will jetzt aufhören zu sprinten, okay? Damit ihr schwer habt. Ganz ruhig. Ich kann mal unter... Nee, kann man nicht unten drunter. Oh, ich habe das Gefühl, das ist der schlechte Lage, wo ich gerade bin. Oh, ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher, wo es hingebrannt ist. Hier unten ist noch ein Ding an. Oh, mein Gott, ich werde mich im Leben nicht finden, wenn ich hier bleibe. Alter, ich kann mal einfach rein. Bist du in der Mülltonne? Es ist noch 3 gegen 1. Ich glaube, der ist da drin. Glaubst du? Hier so, ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, ey. Warte, wir schießen einfach mal drauf. Okay, guck mal, wer ist das hier? Tops liegt gerade, als liegt er nicht mehr. Ronja steht hier drum und guckt gerade, äh, Tops liegt schon wieder. Okay. Er scheint an einem erhobenen Ort zu sein. Juni. Da oben ist er... Ah! Oh, wer ist aber jetzt im Fall hochstand? Nein, bin ich nicht. Das war im Stunt-Double. Okay, Ronja, bleib du unten. Ich bleib hier, falls er springt. Oh mein Gott. Wir, wir rushen wie... Rush spielen. Rush wie. Okay, holster, holster, holster. Wo ist da? Ich komme da noch mal hoch. Er ist noch nicht runtergesprochen. Höchstwahrscheinlich. 90%. Oh mein Gott, leider, wo ich gerade bin. Er ist woanders hingelaufen. Alter, hier meine Bilder finden. Oh boy. Oh mein Gott, aber ich habe so einen geilen Sport hier gefunden. Können sich außen so gut verstecken. Außen her? Nein, Tops! Hopp, hopp, Tops! Hä? Nein! Warte, 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 wo bist du? Nein! Also, Veronisch ist richtig feindlich, feindselig ist. Warte, warte, wo bist du? Wo ist sie? Florian! Florian! In the cinema in your area. Wo ist denn das jetzt? This summer, one man's journey. Alter, Juni, der Geheimtrick war ja mal mega geil. Wo bist du? Wisst ihr was? Mein neuer Trick ist, ich laufe schlagend durch die Gegend. Und falls ich ihn zufällig erwische... Alter! Du musst mir übrigens mal gucken, dass man hier hochkommt, gell? Okay. Oh nein, ich bin gefallen. Flo ist bei mir, Flo ist bei mir. Wo? Oh mein Gott. Ich werde mich nicht kriegen. Er hat mich einfach runtergeschubst. Hi, Tops, hi, was geht? Hi, wie es geht? Die Tops sind hinter dir. Oh boy. Hi, was geht? Hey, noch nicht so veräppeln. Ich bin wirklich hinter die gewissen Tops. Äh, bomb. Und jetzt? Okay. Nein, ich bin ganz runtergeflogen. Ich sehe euch gerade, gell? Wo bist du? Ey, warte mal, wo ist Ronja? Da hoch. Ach, Ronja ist da ganz unten. Ich scanne einen anderen Bereich der Map. Oder ich laufe im Kreis, ständig, aus Versehen. Oh nein, ich habe mich nicht gesehen. Wir wissen es nicht. Ey, okay, okay. Ich komme auf zu campen. Ich bin nur noch am Dach. Nein, ich bin nicht am Dach. Okay, ich sage es. Ich sehe Ronja. Ich sage, er ist bestimmt hier oben auf dem Balkon. Hier oben. Nein. Doch, doch, doch. Ronja ist gerade hier im Pool. Safe call. Nein, das ist hier. Leute, das ist hier. Ich werde jetzt verzauen. Oh nein, ich ertrink. Oh, oh. Du ertrinkst überhaupt nicht. Du lügst, du lügst. Doch, ich mag ja wirklich fast vorma trinken. Vielleicht ist es an der Gießkanne. Vielleicht. Ich sehe gerade Julien. Oh, es ist hier alle. Vielleicht ist er so einen völlig klein. Oh nein, hopp, hopp, hopp. Wo ist er? Oh ja, oh mein Gott. Er ist oben, er ist oben. Er ist oben, er ist oben. Geht du hoch, geht du hoch. Ich warte hier unten, ja. Ja, ich glaube nämlich. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der ist im Geheimgang, der ist im Geheimgang. Der ist im Geheimgang oben. Ey, ihr könnt nicht beide Enten abkämpfen. Wo ist er, ist er, ist er, ist er. Warte, ich bin um gleich. Floriat! Oh nein, ich kann nicht sprinten. Oh, okay. Oh mein Gott, Alter. Das ist brutal. Ich sehe nicht. Alter, das ist richtig brutal mit euch hier. Ist hinten 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 hinten. Ich sehe ihn. Oh nein, hopp, 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 hopp. Ah. Ja, Flo, ich kriege dich. Ich schreibe ich mit Mädchen. Ok, jetzt bin ich erstmal safe. Alter! Ey, mein Hinterkopf blutet schon voll. Ich seh ihn nicht. Ich hab ihn doch kein einziges Mal gesehen. Alle mein Hirn blutet. Der Hinterkopf blutet. Alfa so, fängt F.A.R.E. an zu bluten. Habt ihr auch immer Probleme mit dem Hinterkopf, Leute? Fängt F.A.R.E. an zu bluten. Nice. Ich hab ihn gesprenzt. Ok, alles klar, Jungs. Ich bin jetzt auch ein Sucher. Wen suchen wir? Jürn, 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 Jürn. Oh, das ist gut. Das ist schon mega. Ja. Oh, was passiert. Ich habe ihn gesprenzt. Das ist nicht mehr. Oh, ich bin ja nichts. Und nicht mehr. Mach es einfach. Sie versen, ich sage auch nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020